So, hier einmal ein lustiges Phänomen, was jeder Mann da draußen kennt. Du lernst deine Frau kennen. Und diese Frau ist, um es nett auszudrücken, nicht so das Gelb vom Ei. Und du denkst dir innerlich, wenn etwas mit dieser Frau draus wird, cool, kann ich mitnehmen. Wenn nichts draus wird, auch cool, bin ich auch glücklich. Und dir ist das ziemlich egal. Du gibst dir keine Mühe, du schreibst eher seltener zurück, investierst nicht so viel, denkst nicht so viel darüber, nach was zu tun und sagen und wie du reagieren sollst. Und diese Frau, die will dich gefühlt heiraten. Sie will unbedingt Zeit mit dir verbringen. Sie will dich unbedingt sehen, dich unbedingt treffen. Und dann begegnet dir mal eine Frau, die du richtig gut findest. Egal, ob das jetzt nur vom Optischen her so ist oder ob die Frau von der Persönlichkeit dir gefällt, wie viele Gemeinsamkeiten teilt und du dir einfach nur denkst, ich muss diese Frau haben. Und dann plötzlich fängst du an, Fehler zu machen. Plötzlich überlegst du die ganze Zeit hin und her, was du hier schreiben sollst, sitzt gefühlte fünf Stunden über jeder einzelne in deiner Textnachrichten, machst Memos, hörst diese Memos dir zehnmal an, bevor du sie absendest und fängst immer wieder neu an und hoffst, oh nein, das hat die Frau jetzt nicht gesehen. Und du passst einfach auf, was du tun sollst. Und diese Frauen verlieren immer das Interesse an dir. Entweder du triffst sie gar nicht erst, wenn du sie online angeschrieben hast oder im echten Leben kennengelernt. Oder aber du triffst sie auf einem Date, bist da total nervös und dann passiert nichts. Dann schreibt dir die Frau im schlimmsten Fall einen Text wie, hey, du bist ein ganz netter Typ, aber ich suche gerade niemanden. Die Chemie zwischen uns passt nicht. Oder ich habe gerade einfach keine Zeit, dich kennenzulernen. Das ist das Phänomen, was ich immer wieder bei Leuten erlebe, die in mein Coaching kommen. Ich habe schon über 1600 Männer gecoacht. Ich kann dir sagen, jedermann kennt das, der schon ansatzweise mal ein bisschen mit Frauen zu tun hatte. Woran liegt das? Und wie kannst du die Dynamik, die dahinter steckt, für dich nutzen, um die Frauen zu bekommen, die du willst, anstatt immer nur die Frauen abzubekommen, die du eben eigentlich nicht willst? Der Grund dafür, dass es bei dir so ist, wie es ist, dass die Frauen, die du willst, das Interesse verlieren. Der Grund dafür ist, dass du vorsichtig bist bei diesen Frauen, weil du sie auf ein Podest stürzt. So, ich erzähle dir dazu eine kleine Geschichte aus meinem eigenen Leben. Es ist schon ein bisschen her, um die 5, 6 Jahre, weil ich habe das schon sehr, sehr lange verstanden. Deswegen habe ich keine frische Geschichte aus meinem eigenen Leben diesbezüglich vorzuweisen. Aber ich erinnere mich noch gut dran und werde das auch wahrscheinlich in 20 Jahren tun. Warum wirst du gleich verstehen? Ich war damals auf Lowe unterwegs und ich war in einer Situation, da hatte ich sehr viele Dates. Aber Dates mit Frauen, die mir nicht so wirklich gefallen haben. Bei mir war es damals nicht das Optische, sondern vielmehr der Fakt, dass ich mich mit den Frauen, die ich gedatet habe, nicht wirklich unterhalten konnte. Es war alles sehr, sehr langweilig, sehr oberflächlich. Es ging immer um irgendwelche langweiligen Themen. Und die Frauen hatten gefühlt die Tiefgründigkeit von einer Tomate. Also war absolut langweilig. Und ich habe nur diese vielen Dates gehabt, um damals meine Minderwertigkeitskomplexe zu kompensieren. Und mir und meinen Freunden und den Leuten, die mich nicht gemocht haben, zu beweisen, was für ein geiler Typ ich bin, weil, guck mal, ich lege so viele Frauen flach. Das war damals so mein Lebensstil. Und dann hat mich eines Tages eine Frau auf Lowe angeschrieben, also einer Dating-Plattform, die heute noch aktuell ist, die mich umgehauen hat. Das war eine Frau, die sah sehr, sehr sportlich aus von den Bildern her. Hat auf ein paar Bildern noch so ein Prinzessinnenkleid an. Also hat so pseudoprofessionelle Fotoshootings gemacht. Im Wald, dann noch mit einem Wolf. Und ich mag sowas. Die Frau hatte Tiefgang, sehr interessantes Profil, hatte ein paar Texte verfasst dort, die mir sehr gefallen haben. Und der Text, mit dem sie mich angeschrieben hat, war auch richtig geil. Ich habe selber ein gutes Profil gehabt zu dem Zeitpunkt, sonst hätte ich nicht so viele Dates gehabt. Auch wenn ich alles andere nicht verstanden habe. Online-Dating konnte ich zu dem damaligen Zeitpunkt sehr, sehr gut. Ich wurde öfters angeschrieben. Und diese Frau hat mir so einen langen Text verfasst, was ihr an dem, was ich auf meinem Profil drin hatte, gefallen hat. Und das sie mir über mich rausfinden möchte. Also sie hatte irgendwelche Ungereimtheiten, etwas, was nicht zusammengepasst hat. Von meinen Bildern und dem, was ich geschrieben habe auf meinem Profil. Sie hat das genommen und mir so ein paar Fragen gestellt. Sehr, sehr interessant alles. Ich stehe ja auf diesem tiefgründigen Scheiß. Und dann saß ich da so und habe mir erst mal ein, zwei Stunden Gedanken gemacht, was ich hier schreiben soll. Weil obwohl die Frau mich angeschrieben hat, war sie mir so wichtig, obwohl wir uns noch nicht mal kannten, obwohl wir nicht mal geschrieben hatten miteinander, richtig? Sie war mir so wichtig, dass ich Angst hatte, sie zu verlieren. Ich habe sie auf einen Podest gestellt und aufgepasst, was ich sage, wie ich reagiere, was ich schreibe. Alles ist gut gelaufen, aber ich war die ganze Zeit vorsichtig. Und das hat man im Chat gemerkt. Ich habe zu viel geschrieben. Dann habe ich wieder zu wenig geschrieben. Dann war ich wieder witzig, habe sie ein bisschen geneckt und habe das wieder aufgelöst, weil ich Schiss hatte, die Frau zu verlieren. Was ist passiert? Trotz, dass wir ein, zwei Wochen rumgeschrieben hatten, ich weiß nicht mehr, wie lange das war, aber das war schon eine längere Zeit. Obwohl wir lange rumgeschrieben hatten, solche Romane, obwohl wir telefoniert haben, obwohl wir Memos gemacht haben, hat die Frau doch das Interesse an mir verloren. Hat sie mir doch irgendwann nicht mehr zurückgeschrieben. Du weißt selber, wie das läuft, wenn deine Frau einmal das Interesse an dir verloren hat. Sie investiert immer weniger, 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 schreibt immer seltener. Du merkst, sie verliert dieser Kontakt, den ihr habt, dieses Kennenlernen, das gewisse Etwas, dieses Feuer. Und es macht einfach keinen Spaß, auch für dich. Und dann verläuft das im Sand. Und das ist mir auch passiert. Und dann habe ich mich noch mehrere Jahre danach darüber geärgert, dass ich das nicht hinbekommen habe. Und dann habe ich erst nach und nach verstanden, woran das lag. Und habe mich dann doppelt geärgert, weil das eigentlich so einfach ist zu verhindern. Das, was passiert ist und das, was bei dir wahrscheinlich immer noch passiert, wenn du dir dieses Video hier anschaust, ist, dass du Frauen auf das Podest stellst, weil du zu viel reininterpretierst, weil du emotional sofort abhängig bist und daraus resultierend vorsichtig handelst. Vorsichtig bedeutet, dass du dir zu viele Gedanken machst. Du hast nämlich Angst, etwas Falsches zu machen, etwas Falsches zu sagen, zu schreiben oder zu reagieren. Und dann wirst du die Frau verlieren. Wenn du aus einer Angst heraus handelst, ist alles, was du tust, falsch. Alles. Jede Nachricht, die du schreibst, ist absoluter Müll. Alles, was du sagst, kommt falsch rüber, weil du es aus einer Angst tust. Die Geschichte, die ich dir gerade erzählt habe, auch wenn die lange her ist und ich im Vergleich zu jetzt ein ziemlicher Idiot war, hatte ich Online-Dating damals drauf. Siehe, ich hatte sehr viele Dates. Ich wusste genau, was ich schreiben soll, damit eine Frau auf ein Date mit mir geht. Und trotzdem habe ich es komplett verkackt, weil meine Angst, damals die Frau zu verlieren, trotz dieser ganzen Strategien, die ich angewendet habe, durchkam. Sie hat das gemerkt. Und weil es eine intelligente und tiefgrünige Frau war, hat sie das doppelt so schnell gemerkt. Und das macht dich unattraktiv. Frauen verachten emotional abhängige Männer, die ihnen hinterherlaufen, die sie auf ein Podest stellen, die Angst haben, sie zu verlieren. Und das ist das Problem der meisten Männer. Sie investieren zu schnell zu viel. Und das hat alles mit deinen Glaubenssätzen zu tun. Du glaubst, etwas tun zu müssen und gut genug zu sein, um Frauen zu bekommen. Und erst wenn du das auflöst, erst wenn du eine Frau, die du total attraktiv findest, mit der du dir eine langfristige Partnerschaft vorstellen kannst, erst wenn du diese Frau so behandelst, wie die dicke Frau von nebenan, die du überhaupt nicht attraktiv findest, dann hast du Erfolg bei den Frauen. Nur dann. Und das ist eine reine Einstellungssache. Das lässt sich auf der strategischen Ebene nicht lösen. Manche Flirtcoaches versuchen das zu lösen, indem sie dir sagen, dass du wie ein Mann handeln musst auf strategischer Ebene, auf dieser Handlungsebene, der emotional unabhängig ist. Und das klappt auch ab und zu am Anfang bis zu einem gewissen Grad. Hat ja auch bei mir funktioniert, bei dieser Frau, weil ich schon damals kein Idiot war. Aber das klappt nicht lange. Frauen sind sehr gut darin, subkommunikative Botschaften zu erkennen. Vor allem, wenn du Memos machst, telefonierst oder erst recht auf einem Date. Und wenn du es so tust, als seist du ein emotional unabhängiger Typ, dem der Ausgang des Dates egal ist, dann wird es das erkennen. Und dann siehst du nicht nur so aus wie ein Waschlappen, der bedürftig ist und Angst hat, die Frau zu verlieren, sondern du siehst auch aus wie ein Lügner, weil du nicht ehrlich bist. Weil du die ganze Zeit so tust, als wärst du jemand anders, obwohl du dich in dieser Situation im Inneren eigentlich gar nicht so fühlst. Und erst wenn deine Gefühle, deine Gedanken und deine Handlungen übereinstimmen, genau das Gleiche sind, dann bist du das, was man authentisch nennt. Authentizität ist generell ein komplexes Thema. Die meisten, die das Wort authentisch benutzen, meinen eigentlich kompletten Bullshit damit. Das bedeutet nicht Authentizität an sich. Behandeln wir auch im Coaching. Authentizität bedeutet, dass deine Gefühle, deine Gedanken und das, was du tust, dass das alles eine homogene Masse ist. Genau das Gleiche. Erst wenn du daran arbeitest, erst wenn du deinen mangelnden Selbstwert auflöst, erst wenn du deine Absicht veränderst und zum Beispiel nur noch die Absicht hast, auf einem Date dich zu amüsieren, anstatt ich muss unbedingt sie zu mir nach Hause bekommen. Diese ganzen Ziele, bevor du die alle auflöst und die richtige Attitüde entwickelst, wird deine Situation sich nicht verändern. Du wirst auch in zehn Jahren immer noch das gleiche Problem haben. Du wirst vielleicht Frauen bekommen, die du nicht willst, aber die Frauen, die du wirklich attraktiv und interessant findest, mit denen du dir etwas Langfristiges vorstellen kannst, sei es jetzt aufgrund von ihrem Äußeren oder weil sie eine tolle Persönlichkeit hat. Du wirst es bei diesen Frauen immer verkacken, weil Frauen auch in zehn, zwanzig, dreißig Jahren, egal wie gut du wirst als Schauspieler, merken werden, wer du eigentlich bist. Und das ist der Grund, warum auch Männer zu uns kommen und das High-Status-Coaching machen, die schon erfolgreich bei Frauen sind. Das ist so ein typisches Klischee. Die Leute, die neu auf diesen Kanal kommen, die zum ersten Mal sehen, dass es sowas überhaupt gibt, wie das, was ich mache, die denken, dass nur so schüchterne Loser und Nerds zu mir kommen, die gar keinen Erfolg bei Frauen haben. Klar, wir helfen auch Männern, die noch gar keinen Erfolg bei Frauen haben, keine Frage. Aber hier sind auch sehr, sehr viele Männer dabei, die zu uns kommen, obwohl sie schon Erfolge bei Frauen haben. Und das tun sie, weil sie Erfolg bei den falschen Frauen haben oder weil die Frauen, die sie wirklich wollen, immer wieder das Interesse an ihnen verlieren. Und das liegt an der Dynamik, die ich dir gerade erklärt habe in diesem Video. Erst wenn du das löst, wird sich deine Situation verändern. Denk dran, wenn du das Gleiche tust, wie das, was du immer tust, dann wirst du auch die gleichen Ergebnisse ernten, wie die Ergebnisse, die du jetzt hast. Also kannst du nicht alleine lösen. In diesem Video hast du gelernt, was das Problem ist, aber du weißt nicht, wie du es lösen sollst. Wenn du wissen möchtest, wie du das lösen kannst, und Spoiler, allein ist das eine Sache der Unmöglichkeit, dann klicke auf den ersten Link in der Videobeschreibung und schau dir an, was wir für dich tun können. Das Auflösen von negativen Glaubenssätzen und das Hinzufügen von einem gesunden Selbstwertgefühl, das lässt dich alleine kaum bewerkstelligen, ohne Coach, ohne Mentor, der damit Erfahrung hat. Beziehungsweise dauert das sehr, sehr lange. Klar, du könntest auch 30 Jahre warten, deinen Platz im Leben finden, deinen Selbstwert daraus ziehen, dass du weißt, was du willst, und diesen natürlichen Weg gehen. Und dann hast du irgendwann mit 40, wenn du Glück hast, ein hohes Selbstwertgefühl, und dann kannst du endlich Frauen halten. Aber es geht auch schneller mit unserer Hilfe. Also hör auf, deine Zeit zu verschwenden, klicke auf den ersten Link in der Videobeschreibung und lass dir von uns helfen, lass dich von uns beraten. Egal, was für eine Situation du mir schilderst, ich habe alles schon gehört. 1600 Männer. Das ist die Anzahl der Männer, die in meinem Coaching waren. Das ist die Anzahl der Männer, denen wir aus unterschiedlichen Situationen heraus geholfen haben, ihr Ziel zu erreichen, sprich, endlich eine Partnerin zu finden, die zu ihnen passt und im Laufe dieses Prozesses sehr viel selbstbewusster und männlicher zu werden. Und wenn du das auch möchtest, dann klicke jetzt auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Ansonsten abonniere diesen Kanal, um kein weiteres Video zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video oder in unserem kostenlosen Beratungsgespräch. Bis dahin. Ciao.